In diesem Video spreche ich mit Florian Tonka. Er ist Kandidat der FDP, hat in Tübingen promoviert und hat drei Kinder und ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen, Florian Tonka. Danke, dass du da bist. Was macht ein parlamentarischer Geschäftsführer? Das ist ein ziemlich langer Titel, ich weiß. Ich brauche zwei Visitenkarten dafür, dass ich es ausschreiben kann. Ein parlamentarischer Geschäftsführer ist im Parlament jemand, der sich darum kümmert, dass der Laden läuft. Es gibt ja Fraktionen im Parlament. Ich bin in der FDP-Fraktion und das sind 80 Abgeordnete zurzeit. Und die müssen sich ja organisieren. Die müssen entscheiden, wer geht in welchen Ausschuss. Die müssen entscheiden, wer redet zu welchem Thema. Die haben auch ein eigenes Budget. Wir haben Mitarbeiter. Und irgendjemand muss sich ja darum kümmern, dass das nach geordneten Regeln funktioniert. Und das machen parlamentarische Geschäftsführer. Die sind gewissermaßen die Manager der Fraktion und sorgen dafür, dass der Laden, die Fraktion als Gruppe funktioniert. Machst du dich da auch mal unbeliebt in der Fraktion? Jeder, der in der Politik ist, macht sich manchmal unbeliebt. Zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Thema hat und andere finden das doof, dann macht man sich in der Sache unbeliebt. Und natürlich müssen sich auch parlamentarische Geschäftsführer auch mal unbeliebt machen, weil sie nämlich auch mal sagen müssen, nein, können wir nicht machen, haben wir kein Geld für. Oder dürfen wir nicht? Es gibt ein paar Regeln, die dagegen sprechen. Aber man muss natürlich, wenn man in der Politik ist, auch versuchen, Interessen zusammenzubringen, Kompromisse zu schließen, zu moderieren, das gehört auch dazu. Vielleicht, das ist ganz witzig, im Englischen gibt es auch ein Wort für den parlamentarischen Geschäftsführer im englischen Parlament. Das heißt whip und whip hat mit Peitsche zu tun. Und das heißt früher so, also ganz früher im englischen Parlament, da schien es so zu sein, dass die parlamentarischen Geschäftsführer mit der Peitsche für Disziplin sorgen. Wir haben aber heute keine Peitschen mehr. Wir müssen auch überzeugen und mit Argumenten unsere Linie vertreten. Aber so das Wort whip ist für die Engländer immer ganz lustig. Dann wissen die, dass da die Peitsche mit gemeint ist. Ist das eine Rolle, in die du reinwachsen musstest oder hat es dir von Anfang an Spaß gemacht? Ja, das hat es von Anfang an Spaß gemacht. Ich bin das geworden 2017 bei der letzten Bundestagswahl. Da bin ich ja ins Parlament zurückgekommen. Ich war früher mal drin, dann draußen und 2017 wieder rein. Und die FDP war auch draußen und ist 2017 wieder reingekommen. Und da muss man alles von vorne aufbauen. Also da muss man im Bundestag alles neu organisieren. Da kommen 80 neue Abgeordnete. Die wollen anfangen zu arbeiten. Die wollen in Ausschüsse gehen. Die wollen ihre Büros haben. Die müssen sich auch erst mal als Team gegenseitig kennenlernen. Und diese Aufbauarbeit, etwas ganz Neues aufzubauen, aus dem Nichts sozusagen das zu strukturieren, das hat mich unheimlich gereizt. Und das war auch eine der schönsten Dinge, die ich beruflich je im Leben gemacht habe. Wie fühlst du dich im Bundestag? Also du hast ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, so ein bisschen deine Aufgaben beschrieben. Ist das ein Gefühl von Arbeit oder ist die Politik nochmal was anderes? Wie fühlt sich das an? Es ist auf jeden Fall für mich immer noch etwas Besonderes, in den Reichstag zu gehen. Dieses Gebäude mitten in Berlin, das Herz unserer Demokratie, das ist kein Arbeitsort, wo man reinläuft, so routinemäßig wie irgendwie sonst. Das ist immer was Besonderes, auch wenn man es schon einige Jahre macht. Und die Politik ist tatsächlich jetzt nicht nur Arbeit, die irgendwie einem zur Last fällt, einen belastet. Es ist sehr, sehr viel Zeit, die man reinstecken muss. Das ist keine 40-Stunden-Woche, ganz und gar nicht. Es gibt oft auch Konflikte. Politik beschäftigt sich ja gerade damit, wie wir Konflikte in der Gesellschaft friedlich austragen können, nach Regeln. Also natürlich muss man Konflikte auch aushalten. Und wenn man das nicht will, ist es anstrengend, ja. Aber es ist auch Arbeit, die oft leicht von der Hand geht, weil man unheimlich viel lernt, weil man mit spannenden Menschen zu tun hat, weil der Tag, jeder Tag ist anders, kein Tag ist wie der vorherige. Also es wird nie langweilig und es ist ja auch wichtig, dass wir gute Entscheidungen treffen und gibt einem dann eben auch ein Gefühl von Zufriedenheit und Sinn bei der Arbeit. Und deswegen fühle ich die 80 Stunden, die es oft sind in der Woche, nicht wie 80 Stunden, sondern oft habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht sehr schnell und das hat auch große Freude gemacht. Jetzt hast du den Sinn schon angesprochen. Gibt es neben dem auch noch andere Sachen, wo du sagst, deshalb mache ich das, das treibt mich an, Politik zu machen im Bundestag? Ja, also seit ich selber Kinder habe, sehe ich auch auf die Welt und die Themen nochmal ein bisschen anders. Meine Kinder, drei Töchter, sind zwischen zwei und sieben Jahre alt. Und da beschäftigt man sich natürlich schon mit der Frage, wie geht dieses ganze Jahrhundert? Nicht nur, wie lange wird es mich geben, sondern da denkt man noch viel länger. Also Themen wie Klima, wie Umwelt, aber auch sichere Rente, nicht zu viele Staatsschulden, gute Bildungschancen, jetzt gerade auch in Corona, die Situation von Kindern und Jugendlichen nimmt man anders wahr. Und das ist für mich auch nochmal ein Antrieb zu sagen, ich will, dass es meinen Kindern genauso gut geht. Ich durfte in Frieden aufwachsen, in Wohlstand aufwachsen und das ist schon was, was mich beschäftigt. Und weil es drei Töchter sind, schaue ich mir auch, ich bin natürlich selber als Mann, da erst mal nicht so mit konfrontiert gewesen, als ich jünger war, aber ich schaue mir heute auch genauer an, wie werden Jungen und Mädchen vielleicht unterschiedlich erzogen, erziehen wir die in bestimmte Richtungen oder geben wir wirklich beiden Geschlechtern die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen? Und dieses Thema Chancen auch für meine, gerade für meine Töchter, dass die wirklich auch alles erreichen können, das beschäftigt mich natürlich erst, seit ich sie habe so richtig, weil man das als Vater anders wahrnimmt, wie als junger Mann, der selber davon gar nicht betroffen ist. Klar, und wenn deine Kinder mal erwachsen sind und du nicht mehr in der Politik bist, was muss passieren, dass du sagen kannst, ich bin zufrieden und ich habe meinen Job gut gemacht? Ich hoffe, dass Deutschland eine lebendige Demokratie dann immer noch ist, trotz all der Veränderungen um uns rum, ein Land ist, in dem es den Menschen gut geht, in dem wir friedlich miteinander umgehen, das ist für mich das Allerwichtigste eigentlich. Natürlich will ich auch den Staat und die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung entwickeln, will, dass wir mündige Bürger haben, die selber entscheiden und nicht alles irgendwie sich vorgeben lassen, von oben befehlen lassen. Das ist alles auch ein wichtiges Ziel. Ich glaube, das Übergeordnete ist die freie, offene Gesellschaft, wo wir friedlich miteinander in der Demokratie umgehen. Das auch in 20, 30 Jahren noch zu haben, ist nicht selbstverständlich. Das wird auch unseren Zuschauern und unserer jungen Generation hier nicht geschenkt werden. Das ist heute so, aber es muss auch so bleiben, dafür muss man was tun. Und wenn ich sagen kann, in 20 Jahren, ich habe da auch einen Beitrag zu geleistet, das wäre mir eigentlich das Allerwichtigste. Ja, jetzt bist du in der FDP und auch Kandidat der FDP und du hast so ein bisschen das Motto auch auf deiner Website, entfesseln wir unser Land. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Was meinst du damit? Für was steht dieses Motto? Also ich glaube, dass Deutschland ein Land ist mit einem riesigen Potenzial. Mit vielen, vielen Menschen, 83 Millionen Menschen, die alle unterschiedlich sind. Männerfrauen, Menschen, die hier schon länger sind, deren Familien schon länger hier sind, die hier eingewandert sind mit Migrationshintergrund, verschiedene Berufe, verschiedene Regionen. Ein tolles Land mit riesigem Potenzial. Aber ich finde, Deutschland bleibt unter seinen Möglichkeiten. Wir sind ein Land, das zum Beispiel ja eigentlich Digitalisierung könnte. Wir haben alles Geld, wir haben alle technischen Möglichkeiten, alles Wissen, zum Beispiel auch eine führende Digitalnation zu werden. Aber wir sind bei der Digitalisierung Mittelmaß. Und zwar, weil die Politik einfach nicht in die Gänge gekommen ist in den letzten Jahren. Wir verschlafen die Globalisierung, wir verschlafen die Chancen des 21. Jahrhunderts, weil wir träge geworden sind, weil wir uns zu Tode verwalten, weil immer der Bedenkenträger recht bekommt, immer der langsamste bestimmen darf, wie es weitergeht. Und das meine ich mit Entfesseln. Wir könnten viel mehr und wir müssen auch mehr tun, damit wir 2030 oder 40 noch so gut dastehen, wie wir es eigentlich wollen. Ja, da steht ja auch so ein bisschen das Stichwort liberal dafür. Oder die Liberalen, wie ja die FDPler auch genannt werden. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen für jemand, der jetzt nicht so in der Politik ist? Was bedeutet liberal und für was steht liberal für dich? Und liberal heißt, dass der Einzelne so viele Entscheidungen, die ihn betreffen, auch wirklich selber für sich fällen darf. Und weder von der Gesellschaft zu irgendwas gezwungen wird, durch irgendwelche Normen in der Gesellschaft, was er nicht ist. Zum Beispiel, wenn jemand lesbisch oder schwul ist, dann hat die Gesellschaft da nicht irgendwo eine Schachtel zu packen. Und dann muss sich der Mensch auch dafür überhaupt nicht rechtfertigen. Das soll normal sein, das soll akzeptiert sein. Diese Toleranzgedanke, der ist wichtig. Aber natürlich auch, dass wir sagen, was ich erreichen will, was ich leisten will, was ich im Leben machen will, hängt auch an mir. Ich kann nicht verlangen, dass die Gesellschaft, dass der Staat irgendwie mir alles vorgibt, aber mich auch aus jedem Problem rausholt. Sondern ich muss mich schon auch selbst bemühen, selbst anstrengen, muss meine Talente, meine Stärken erkennen und überlegen, wo will ich im Leben hin? Und es muss auch einen Unterschied machen, ob sich jemand anstrengt oder ob jemand sagt, mir ist das alles egal, ich kümmere mich da nicht so drum. Das muss einen Unterschied machen. Und das sind so die liberalen Grundwerte, die ich für ganz, ganz wichtig halte. Welche Rolle spielt dann der Staat oder sollte der Staat spielen in unserem Leben? Wir vergleichen als Liberale den Staat immer mit dem Schiedsrichter. Also wir brauchen ihn. Es gibt kein Spiel ohne Schiedsrichter. Jedenfalls kein faires Spiel, kein schönes Spiel ohne einen Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter, der muss auch die gelbe und die rote Karte und die Pfeife dabei haben. Und von mir aus auch den Videobeweis. Da sind Fußballfans jetzt geteilter Meinung. Aber der Staat ist Schiedsrichter. Der Staat schießt aber nicht selber aufs Tor. Also er sollte er nicht. Er sollte sich nicht einmischen in das Spiel. Sondern das ist dann eine Aufgabe, die die Spieler, die wir Bürger auf dem Platz ausfüllen. Und genau das ist der Unterschied auch zwischen dem Staatsverständnis der FDP. Okay, Staat als Schiedsrichter, als Regelsetzer und dem Staatsverständnis anderer. Zum Beispiel Konservativer, die sagen, der Staat, der muss schon aufpassen, dass das Ergebnis stimmt. Oder auch der politischen Linken, SPD, Grüne, Linke. Die sagen, aber der Staat muss schon dafür sorgen, dass das Spiel am Ende unentschieden endet. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ich glaube, ein Schiedsrichter wird nur dann akzeptiert von den Spielern, wenn er wirklich fair ist. Und sich aus dem Spielergebnis am Ende auch raushält. Das ist eine sehr schöne Metapher. Dann als nächstes so ein bisschen die Frage. Also wir hatten jetzt bei der letzten Wahl schon so ein bisschen die Situation, dass die FDP auch potenziell mitregieren hätte können. So war zumindest von außen der Eindruck. Warst du da auch dabei in den Gesprächen? Woran hat es gefeiert? Nicht in allen, aber ich war in einzelnen Gesprächen dabei. Das war die sogenannte Jamaika-Koalition. Jamaika, ein Land in der Karibik. Und die Farben von Jamaika, von der Fahne, sind schwarz, grün und gelb. Und das hätte die Koalition sein können. Und die kam am Ende nicht zustande, weil in der Tat wir als Freie Demokraten gesagt haben, die Ergebnisse stimmen nicht. Wir glauben nicht, dass wir uns auf ein Regierungsprogramm verständigen können, das so gut zusammenpasst, dass da was draus wird. Das war vor vier Jahren. Möglicherweise entscheiden die Wähler jetzt aber wiederum für eine Mehrheit für Jamaika. Dann müsste man sich auch natürlich die Themen alle nochmal neu anschauen. Was müsste dann anders laufen? Erstmal müsste Vertrauen zwischen allen Personen bestehen. Politik auch auf der hohen bundespolitischen Ebene, sozusagen an der Spitze der Bundesliga, an der Spitze unserer Bundesregierung geht nicht. Ohne dass die Menschen, die da sind, die da miteinander auch Entscheidungen treffen, müssen sich auch vertrauen. Und das bedeutet, jeder muss auch verstehen, dass der andere auch Erfolg haben will, wenn er da vorne mit dabei ist. Frau Merkel, die bisherige Bundeskanzlerin, hat ihre Verdienste. Aber was sie nie geschafft hat, weder mit der SPD noch mit der FDP, mit ihren Koalitionspartnern ist, eine Regierung so zu organisieren, dass am Ende alle Beteiligten auch gut ihre Kernwünsche erfüllen konnten. Und das hat sie nie hingekriegt. Sie hat ihre Koalitionspartner immer kaputt regiert, und zwar auch ganz bewusst. Und das war wieder der Plan von ihr. Und das ist allerdings jetzt, glaube ich, anders, wenn wir uns Armin Laschet zum Beispiel anschauen, den CDU-Spitzenkandidaten. Mit dem regiert die FDP ja das größte Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und das klappt sehr gut. Da ist ein Vertrauensverhältnis da. Natürlich sind wir auch Konkurrenten. Laschet und Lindner, FDP und CDU sind auch Konkurrenten. Aber wenn wir zusammen regieren, mit zum Beispiel einem Mann wie Laschet, dann wissen wir doch, ein gegebenes Wort gilt, Versprechen, Zusagen werden eingehalten. Und es ist einfach auch ein Interesse da, dass es insgesamt in der Koalition ein Erfolg wird und nicht der eine auf Kosten des anderen lebt. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zwischen Merkel und Laschet. Deswegen meine ich auch, mit ihm wäre es leichter, eine Regierung zu bilden, sich zu einigen auf ein gutes Programm, als zum Beispiel mit Frau Merkel. Spannend. Dann kommen wir als nächstes zu ein paar Punkten, wo ich dich bitten würde, die zusammenzupassen. Aus dem Programm und von deiner Website, einfach weil nicht jeder die Zeit hat und sich die Zeit nimmt, das dann so zu lesen. Auf deiner Website schreibst du unseren Kreis in Berlin vertreten. Was ist dir diesbezüglich wichtig? Man muss ganz klar sagen, viele Themen, die in Berlin entschieden werden, eigentlich alle betreffen natürlich den Kreis. Wirtschaftsentwicklung, Steuern, Wohnen, zum Beispiel auch Klimaschutz. Das betrifft auch den Kreis. Aber als Abgeordneter hat man natürlich die Aufgabe, nicht nur bei solchen Themen irgendwie klug zu entscheiden, sondern auch zu gucken, dass der Kreis dann, wenn zum Beispiel Geld verteilt werden soll, gut wegkommt. Deswegen habe ich zum Beispiel für mich gesagt, Infrastruktur, Straße, Schiene, Glasfaser, ja, 5G. In Südkorea bauen sie schon ein 6G. Also eine super tolle Mobilfunkabdeckung. Das sind Infrastrukturthemen und da fehlt es bei uns im Kreis. Da haben wir Engpässe ohne Ende und das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich sage, da müssen wir ran und da braucht der Kreis auch eine starke Vertretung in Berlin. Jetzt gehen sie ja sogar her in der Bundesregierung und wollen den Bahnhof in Böblingen vom Fernverkehr abkoppeln. Also wer dann künftig irgendwie aus Zürich oder Singen kommt, der kann nicht mehr in Böblingen aussteigen, der soll bis Stuttgart fahren und dann soll mit der S-Bahn die gleiche Strecke wieder zurückfahren bis Böblingen. Das dauert ja eine Stunde länger. Da wird die Schiene weniger attraktiv als vorher. Also es geht bei Infrastruktur um Straße, um Schiene, um Bahnanbindung, aber auch um vor allem die digitale Infrastruktur, die ja für uns und vor allem für die jüngeren Menschen auch extrem wichtig ist, dass sie sagen, da bleibe ich gern, da wohne ich gern, da will ich leben. Ja, klar. In eurem Programm habt ihr eine Überschrift, wo drauf steht, grundsätzlich liberale Außenpolitik. Wie soll die aussehen? Liberale Außenpolitik ist eine, die wertgebunden ist, also den Wert der Freiheit, bei dem es ums ja geht, weltweit denkt. Wir haben zurzeit, und das ist was, was vielleicht dem einen oder anderen Jüngeren nicht so klar ist, weil der so weltweite internationale Konflikte eher aus der Ferne erlebt hat bisher in seinem Leben. Aber wir haben wieder ein Ringen zwischen zwei verschiedenen Gesellschaftsmodellen, dem westlichen Gesellschaftsmodell, Europa, USA, im Großen und Ganzen, Kanada, Australien, Japan, Südkorea, also natürlich auch Indien, Demokratien, in denen der einzelne Mensch Rechte hat, in denen der einzelne Mensch sich auch zur Wehr setzen kann, wenn ihm Unrecht geschieht, wo es Gerichte gibt, die helfen, wo die Polizei wirklich dein Freund und Helfer ist und nicht irgendwie eine Willkürtruppe, die einen bei einer falschen Bewegung gleich kaputt knüppelt. Und wir haben auf der anderen Seite wiederum sehr starke Diktaturen oder autoritäre Länder, China, Russland, solche Gesellschaften, die auch im arabischen Raum, Saudi-Arabien, Iran, Länder, die diktatorisch geführt werden, wo die Menschen unterdrückt werden, wo sie nicht freisagen dürfen, was sie denken, wo sie überwacht und kontrolliert werden. In China wird, jedenfalls in den großen Städten, jede Bewegung der Bürger über Mobiltelefon, über Kameras, über Face Recognition, also Gesichtserkennung, registriert. Da kann man jeden auf jedem Schritt verfolgen. Und der Staat nutzt das zur Sicherung seiner Macht über die Menschen. Und diese zwei Ideen, die stehen sich gegenüber. Und wer besser, erfolgreicher, stärker ist, das wird erst wieder neu ausverhandelt werden. Das wird sich zeigen. Und da ist unsere Außenpolitik eben so, dass wir sagen, wir glauben, dass egal in welcher Kultur Menschen leben und wie sie aufgewachsen sind, aber über eines darf nicht diskutiert werden. Jeder Mensch hat Würde, hat Rechte. Kein Mensch darf willkürlich behandelt oder gar unterdrückt werden. Also wir glauben sehr stark an unser westliches Gesellschaftsmodell. Natürlich machen wir auch Fehler. Manchmal sind wir auch unseren eigenen Werten nicht treu, das stimmt. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir verstehen, dass wir hier herausgefordert werden, neu herausgefordert werden mit unserer Lebensweise, unserem Menschenbild. Und das sollte Außenpolitik schon beachten und sich daran auch orientieren. Jetzt hast du, Tina, schon so ein bisschen angesprochen. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Also soll das ein Handelspartner werden, so wie er jetzt ist? Oder muss man da eher noch ein bisschen schärfer werden? Oder geht es da eher noch mal ein bisschen öffnen? Und auch zum Beispiel 5G hast du ja auch schon angesprochen. Eine gigantische Herausforderung. China ist das größte Land der Welt. 1,3 Milliarden Menschen, die dort leben. Und China ist ein Land, das sich von einem sehr armen Land nach und nach entwickelt und technologisch, wirtschaftlich aufschließt, auch auf das Niveau hochentwickelter Länder. Es gibt Städte in China, die scheinen mir irgendwie wohlhabender, reicher zu sein als bei uns. Es gibt auch große Armut immer noch in China, das ist auch so. Aber dieses riesige Land hat sich auf den Weg gemacht. Aber es ist und bleibt eine Diktatur. Es gibt dort nur eine Partei, die Kommunistische Partei Chinas, die bestimmt alle Bereiche und sie kontrolliert alle Bereiche des Lebens. Wer aufmuckt, wer Kritik äußert, Blogger, Leute, die im Internet ihre Meinung austauschen, Minderheiten, zum Beispiel die sogenannten Uiguren, eine Volksgruppe muslimischen Glaubens. Da gibt es riesige Umerziehungslager, wo diese Menschen untergebracht werden unter erbärmlichen Umständen. Also es ist ein Land, das einerseits eine große Dynamik hat, auf der anderen Seite aber eine Diktatur ist. Und wie geht man damit um, wenn das größte Land der Welt auf der anderen Seite eben dann doch auch ein so schwieriger Partner ist? Das ist eine riesige Herausforderung. Da gibt es auch nicht die eine Lösung. Ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt eine Konfrontation sucht um jeden Preis. Aber von einem bin ich allerdings auch überzeugt. Autoritärregierte Länder überzeugt man nicht dadurch, dass man selber schwach ist und dann glaubt, wenn wir nett zu denen sind, kopieren sie einfach unser Leben und sind auch nett zu uns. Sondern gerade bei autoritärregierten Ländern, das gilt für China, das gilt auch für Russland und auch für andere, muss man konsequent sein. Und man muss Grenzen aufzeigen, wo man sagt, bis hierhin geht es mit uns, aber ab dem Punkt nicht mehr. Und dann muss man es auch einhalten. Und Nachgiebigkeit gegenüber Diktatoren hat sich noch nie ausgezahlt. Und das müssen wir, glaube ich, auch wenn es mit Konflikt verbunden ist, auch mit atmosphärischen Schwierigkeiten verbunden ist, müssen wir verstehen und müssen diese Rolle auch noch stärker ausfüllen. Und dazu zählt auch, dass wir in Deutschland auch mal wieder auf eine volle Außenpolitik setzen. Wir verkriechen uns oft hinter den Amerikanern. Die müssen die unangenehmen Entscheidungen in der Welt treffen. Und wenn sie nicht so ausfallen, wie wir es gern hätten, dann beschimpfen wir sie noch so ein bisschen und sagen, was sind das alles für Kerle. Aber wenn wir selber mitreden wollen und ernst genommen werden wollen, dann reicht es nicht zu sagen, immer wenn es ernst ist, kommen die Amerikaner. Dann müssen wir auch selber politisch, wirtschaftlich, diplomatisch, humanitär, aber auch militärisch in der Lage sein, zu handeln. Und da ist Deutschland, finde ich, auch so ein bisschen wie so ein Kind, dem noch nicht klar geworden ist, dass es sich auch wie ein Erwachsener verhalten sollte und auch einen Beitrag leisten sollte. Nie alleine, immer mit anderen zusammen, aber doch einen Beitrag leisten sollte, auch dass die Außenpolitik erfolgreich ist. Das hört sich ja auch viel im Finanzbereich auf. Welche wirtschaftlichen Maßnahmen kommen für dich in Frage oder würden für dich in Frage kommen? Jetzt gegenüber anderen Ländern? Ja, genau. Ich bin eigentlich dagegen, Wirtschaft als Waffe einzusetzen. Das funktioniert meistens nicht. Natürlich, wenn wir ein Land haben, zum Beispiel der Iran ist ein Beispiel. Der Iran versucht, eine Atombombe zu bauen und bedroht gleichzeitig Israel mit Vernichtung. Wenn sowas vorliegt, dann muss man irgendwie auch gucken, welche Güter liefert man denn da hin und trägt man durch irgendwelche Wirtschaftskontakte vielleicht auch dazu bei, dass solche Waffen nachher gebaut werden können. Das darf nicht passieren. Aber ansonsten meine ich schon, dass wir Wirtschaftskontakte zu China zum Beispiel pflegen können. Allerdings, wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein und auch hinschauen. China zum Beispiel verlangt, dass wenn ein deutsches Unternehmen dorthin geht und da eine Tochtergesellschaft gründet, irgendwie ein Autohersteller oder Industrieunternehmen, Mittelständler, egal, dass das mit einem chinesischen Partner zusammengemacht wird. Und über diesen chinesischen Partner behält die Regierung Kontrolle, auch über das, was da passiert. Wir wiederum sind sehr großzügig und erlauben chinesische Investitionen in Deutschland auch ohne das. Da finde ich, müssen wir darauf bestehen, dass da die gleichen Regeln für alle gelten. Also wenn chinesischer Partner in China nötig ist, dann sollten wir auch überlegen, wie wir das hier machen. Wenn die Chinesen bereit sind zu sagen, wir erlauben Investitionen auch anders und ohne, dass wir da auch noch irgendwie mitkontrollieren, dann finde ich es okay. Aber wir sollten auf gleichen Standards auf jeden Fall auch bestehen und uns da nicht zu billig verkaufen. Das ist Staatsbeteiligung dann bei Unternehmen, wo chinesische Mittel investieren. Ob es eine Staatsbeteiligung sein muss, das muss in China auch nicht immer der Staat sein. Aber ich glaube jedenfalls, wenn wir darüber nicht reden, dann wird sich natürlich an den Bedingungen in China da auch für die Wirtschaft nichts verbessern. Und dann wird sich da auch nichts ändern. Und klar ist natürlich schon auch, das muss man auch klar machen, ich möchte auch, das sage ich ganz klar, dass die Menschen in China in Wohlstand leben können und dass sich ihre Lage verbessert. Und das ist ein total legitimes und berechtigtes Ziel der Regierung. Aber bei mir hört der Spaß da auf, wo militärisch zum Beispiel der Nachbar bedroht wird, Taiwan militärisch bedroht wird oder wo China Inseln im Pazifik aufschüttet und dort Militärstützpunkte drauf baut. Also eine direkte Bedrohung auch weiterer Nachbarländer. Das ist kein Spaß und da müssen wir auch eine entschiedene Reaktion drauf zeigen. Da sollten wir uns auch nicht einschüchtern lassen, sondern sollten da als westliche Gemeinschaft gemeinsam auch eine Antwort darauf finden mit den asiatischen Ländern. Also China ist komplex und ich bin dagegen, Feindbilder zu zeichnen. Aber die Augen verschließen vor den Dingen, die da passieren und auch gelegentlich der Aggressivität, mit der die Regierung da vorgeht, dürfen wir eben auch nicht. Das war jetzt eine bisschen längere Antwort, aber auch mir geschuldet und meine Fragen. Eine Frage geschuldet, aber auch dem Thema. China ist aber wert, sich damit zu beschäftigen und ganz einfache Antworten verbieten sich da. Es ist ein sehr komplexes Thema. Genau, das habe ich auch gedacht. Noch ein anderer Punkt aus eurem Programm Wohnen. Was ist euch wichtig so in Bezug auf Miete und Eigentum? Also wir wollen auf jeden Fall, dass die Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen wollen, das auch können. Wir sind in Deutschland, das denkt man gar nicht, wenn wir denken, Häuslebauer und so, ist in Baden-Württemberg vielleicht auch ein bisschen so. Aber wir sind in Deutschland eigentlich keine Eigentümer-Nationen. Nur in der Schweiz gibt es weniger Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen. Und wenn jemand sagt, ich wohne gerne zur Miete, ich kenne die Fälle auch, die Leute auch. Ja, das ist wundervoll. Niemand muss da irgendwie jetzt gezwungen werden, sich irgendwas anzuschaffen. Aber es gibt doch viele, da habe ich das Gefühl und das wird mir auch erzählt, die würden eigentlich gerne sich eine kleine Wohnung oder ein Reihenhaus oder ein Einzelfamilienhaus auch kaufen. Schaffen es aber nicht, weil es keine gibt, weil sie zu teuer sind. Und da, finde ich, müssen wir schon mehr tun. Zum Beispiel, indem wir die Grunderwerbssteuer absenken. Gerade für die Familien aus der Mitte der Gesellschaft. Also wir wollen, dass der Erwerb einer Immobilie bis zu 500.000 Euro steuerfrei bleibt. Das würde vielen Familien erleichtern, da überhaupt reinzukommen in die Finanzierung einer Immobilie. Natürlich müssen wir aber auch insgesamt mehr Wohnraum schaffen. Also es gibt, dass es zu teure Mieten gibt, dass man oft ewig suchen muss, dass es sehr viel Konkurrenz gibt um ein und dieselbe Wohnung. Das hat ja letztlich damit zu tun, dass es halt zu wenige Wohnungen und zu viele Menschen gibt, die da rein wollen. Also brauchen wir mehr Wohnungen. Selbst wenn ich sage, ich beschließe, dass diese Wohnung der kriegt, habe ich ja immer noch zig andere, die die Wohnung nicht gekriegt haben, die brauchen eine andere. Und deswegen lösen sich die Probleme auf dem Wohnungsmarkt, meines Erachtens nur dadurch, dass mehr gebaut wird, aber auch, dass man mehr Wohnraum schafft, da wo schon Gebäude stehen, dass man den vorhandenen Wohnraum besser nutzt, Dächer ausbaut, Baulücken schließt. Das ist übrigens auch ein riesiges Konjunkturprogramm. Also da profitiert das Handwerk, das schafft Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze auch hier. Wenn wir es auch schaffen, hier diese ganzen Investitionen in Wohnbau loszutreten, zu entfesseln sozusagen. Da haben wir ganz viele Vorschläge gemacht, wie man das Bauen einerseits erleichtert, auch günstiger macht. Bauen ist auch sehr teuer, weil der Staat sehr viele Vorschriften macht, was da alles beachtet werden muss. Also auch günstiger Bauen möglich macht. Und auch zum Beispiel über steuerliche Vorschriften, sogenannte Abschreibungsfristen zum Beispiel, denen, die jetzt in Wohnraum investieren wollen, nochmal einen Anreiz oder eine Belohnung gibt. Also ich glaube, am Ende ist Bauen und Wohnraum schaffen, ist die Lösung auch für das Mietenthema und die Frage, wie hoch sind die Mieten am Ende. Okay, dann will ich so ein bisschen zum Schwerpunktthema kommen. Und zwar, weil du bist ja ein Mann der Wirtschaft und ein Mann des Geldes. Nein, nicht nur, aber auch so. Ein Mann des Geldes klingt, weckt hohe Erwartungen. Klingt eher falsch. Genau, aber auch jemand, der so ein bisschen im Wirtschaftsbereich drin ist und da auch Antworten geben kann. Jetzt findet ja gerade so ein bisschen eine Transformation statt, also gerade auch bei großen Unternehmen wie Daimler oder Bosch, wo ja auch viele hier in der Region arbeiten. Wie siehst du da die Lage oder wie bewertest du das als Politik? Also das ist ja jetzt vor allem der Autobereich, den du ansprichst, der hat natürlich ungeheuer viel zu tun, weil das Auto eigentlich neu erfunden wird. Das Auto wird in Zukunft zwei Eigenschaften haben. Es wird emissionsfrei fahren und es wird wahrscheinlich auch autonom fahren, also ohne, dass wir da noch mit Lenker sitzen und Gaspedal und so weiter, sondern das Auto wird von alleine fahren. Da bin ich überzeugt von. Die Autos werden miteinander kommunizieren. Wir werden um die Staus rumfahren oder wir werden genau in dem Tempo eingestellt werden auf der Straße, dass es keinen Stau gibt, dass wir möglichst flüssig und gut vorankommen. Parkplatzsuche wird vorbei sein. Aber das heißt, das Auto wird neu erfunden. Und das Auto ist eigentlich ein rollender Computer, der ungeheure Rechenleistungen braucht. Und es muss gleichzeitig rollen, ohne die Umwelt zu verschmutzen, ohne CO2 auszustoßen. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Und ein Stück weit wird die Zukunft des Kreises Böblingen, ob es uns hier gut geht oder ob wir irgendwie abrutschen, wird davon abhängen, ob es gelingt, dass die deutsche Autoindustrie diesen Umbau hinkriegt. Genau deswegen sagen wir ja auch, wir wollen jetzt nicht hergehen und ins Gesetz schreiben, wie die meisten anderen Parteien. Der Verbrennungsmotor muss dann und dann auslaufen oder eine Autoflotte darf im Durchschnitt nur so und so viel CO2 ausstoßen oder solche Dinge. Sondern wir wollen etwas anderes. Wir wollen nämlich, dass der Verkauf von fossilem Kraftstoff, also Kraftstoff, der das Klima schädigt, wenn man ihn verbrennt, dass der einen Preis bekommt und dass der auch limitiert wird. Aber ob dann die Autohersteller sagen, Mensch, ich setze auf die Batterie, auf Elektroautos mit Batterie oder auf Elektroautos mit Wasserstoff oder auf zum Beispiel auf einen Verbrennungsmotor, einen Diesel mit klimaneutralem Kraftstoff. Den gibt es ja auch. Man kann auch aus erneuerbarem Strom Kraftstoff herstellen. Den kann man im Verbrennungsmotor verbrennen. Ist klimaneutral. Geht. Technisch alles denkbar. Und warum sollen wir als Politik, wenn wir noch gar nicht wissen, was funktioniert am Ende und was wird wie teuer und was können wir in Deutschland überhaupt produzieren, was geht hier in Deutschland nicht, warum sollen wir ins Gesetz schreiben, welche der Lösungen die richtige ist? Warum sollen wir sagen, nur Batterie ist es? Ich glaube, Batterie kann einen Beitrag leisten, aber ob es in zehn Jahren noch genauso aussieht, habe ich keine Ahnung von. Und ich glaube, Annalena Baerbock und Markus Söder und sonst wie haben auch alle in Wahrheit keine Ahnung, ob das in zehn Jahren funktioniert mit der Batterie. Es hängt auch nicht nur an der Batterie. Es hängt ja auch davon ab, ob wir in jede Garage genügend Strom kriegen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich ein Batterieauto habe und am Ende aber mir gesagt wird, du darfst aber höchstens zehn Minuten pro Tag laden, weil dann ist dein Nachbar dran. Also wir brauchen wahrscheinlich, wenn wir Batterien wollen, auch ein neues Stromnetz. Und all diese Dinge kann die Politik nicht über zehn oder zwanzig Jahre vorhersehen und sagen, genau deswegen setzen wir auf dieses eine Pferd. Sondern ich glaube, dass es gut ist, wenn wir in der Wirtschaft Dinge ausprobieren. Da wird es Entscheidungen geben, die gehen in die richtige Richtung. Es wird auch Fehlinvestitionen geben und Sachen, die sich am Ende nicht bewähren. Aber am schnellsten finden wir eigentlich die beste Lösung, wenn wir erstmal alles erlauben und sagen, versuch das. Und dafür werbe ich. Wenn man den Klimawandel in den Griff kriegen will, dann muss man alles erlauben, was funktioniert. Dann muss man alles fördern, was funktioniert. Und da darf man nicht irgendwie nur auf eine einzige Technologie setzen. Und genau darüber reden wir aber im Bundestagswahlkampf. Weil die meisten anderen Parteien das anders sehen und sagen, nur Elektro, nur Batterie ist die Lösung und alles andere kann man vergessen. Jetzt hast du gerade von Förderung gesprochen. Ist das, welche anderen Aufgaben hat da die Politik aus deiner Sicht? Oder wie kann die Politik auch die Unternehmen hier in der Region dabei unterstützen? Also auch zum Beispiel durch Ladestationen oder Infrastruktur? Also, ja, auch da muss ich mal sagen, also wir bauen auch keine Tankstellen. Weil wir sagen, irgendwie, wenn ich ein Dieselauto fahre, dann muss ich irgendwie ja auch tanken. Natürlich stimmt das. Aber warum soll das die Wirtschaft nicht selber finanzieren? Die Autoindustrie hat volle Kassen. Die Autoindustrie hat gut verdient die letzten Jahre. Aber die können auch Forschung, Entwicklung, Innovation finanzieren. Und wenn Elektroautos, Batterieautos sich gut verkaufen, dann wird es doch auch irgendjemanden geben, der sagt, ich baue noch ein paar Ladestationen. Das lohnt sich ja dann auch. Also, warum soll da jetzt irgendwie die Bundesregierung sagen, ich beschließe jetzt, dass in Deutschland irgendwie 3.000 Ladestationen aufgebaut werden? Und dann streiten wir uns noch drum, ob eine nach Neuweiler kommt und eine nach Hildritzhausen und eine nach Gollfelden und in Gollfelden dann Öschelbronn oder Teilfingen. Das sind doch alles Sachen, natürlich kann man das alles in Berlin entscheiden. Aber wird das gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir da tatsächlich auch darauf vertrauen sollten, wenn es Batterieautos gibt, wenn das viele Leute kaufen, wird es auch mehr Ladesäulen geben und warum soll das die Wirtschaft nicht bezahlen? Gleiches gilt auch für Wasserstoff. Wenn es Wasserstofffahrzeuge gibt, ja, dann wird doch irgendeiner auf die Idee kommen, zu sagen, hey, ich kann ja auch damit irgendwie Geld verdienen, dass ich Wasserstofftankstellen mache und so weiter. Also, was die Politik machen muss, und da führt auch kein Weg dran vorbei, und das ist dringend, ist zu sagen, wir schreiben einen klaren Weg vor, wie wir aus dem CO2-Ausstoß rauskommen. Da können wir uns auch keine Verzögerungen mehr leisten. Der Klimawandel ist zu spüren bereits. Wir haben da nicht mehr ewig Zeit, und wir brauchen da einen klaren Ausstiegsplan aus dem Thema CO2-Ausstoß. Und das gilt auch für die Mobilität, und da ist mit mir auch nicht zu verhandeln. Aber wir brauchen, meines Erachtens brauchen wir nicht tausend Regeln, der Verbrennungsmotor wird verboten, es kommt ein Tempolimit, wir machen CO2-Grenzwerte und so weiter, also Flotten-Grenzwerte, sondern es braucht eigentlich nur eine Regel, und die sagt, 2022 CO2-Ausstoß noch so viel, 23 so viel, 24 so viel, also eine Treppe nach unten, mit dem Ziel, dass wir irgendwann Mitte des Jahrhunderts unterm Strich klimaneutral sind in Deutschland. Das ist die Vorgabe, die der Staat machen muss, aber der Weg dahin, auch der technologische Weg dahin, den können wir nicht in Gesetze schreiben, sondern den müssen die Ingenieure, den müssen die Verbraucher, den muss Wirtschaft und Verbraucher zusammen entwickeln und finden, und da werden wir noch manche Überraschungen sehen, manche Dinge sehen, die wir vielleicht heute gar nicht geglaubt haben, dass sie gehen, aber in 10 oder in 20 Jahren werden sie gehen, und wenn wir das alles gesetzlich vorher geregelt haben, dann werden wir viele Chancen liegen lassen, die ja auch die Umstellung auf Klimaneutralität auch bringt, dass wir auch tolle neue Technologien entwickeln, sollten wir klug angehen. Das ist nochmal ein bisschen eine andere, also die Frage so ein bisschen in eine andere Richtung, aber so ein gleiches Thema. Du hast ja vorher auch schon die Schulden angesprochen, als es auch um deine Kinder ging und wie die Politik in den nächsten 100 Jahren aussieht. Was ist da für dich oder bei euch der Plan, wie die Schulden zurückgezahlt werden sollen, die jetzt aufgenommen wurden? Also mit der schwarzen Null wurde ja jetzt gebrochen. Ja, mit der schwarzen Null wurde wegen Corona gebrochen, und das ist auch richtig. Schwarze Null heißt ja übrigens, der Haushalt im Haushalt des Bundes wird nicht mehr ausgegeben als eingenommen. Das muss man vielleicht unseren jüngeren Zuschauern auch mal erklären, weil der Normalfall ist ja so als Bürger, dass ich genau darauf achte, dass ich nicht mehr ausgebe, als ich einnehme. In der Politik ist das irgendwie was Besonderes, wenn man sagt, ich gebe nur so viel aus, wie ich auch einnehme. Da ist man schon irgendwie ein Exot und wird komisch angeguckt, weil viele scheinen es irgendwie normal zu finden, dass man einfach Schulden macht, weil der Staat kann es ja. Und ich glaube, dass das was ist, was für die junge Generation einfach ein Riesenballast ist. Denn die junge Generation will ja auch in zehn Jahren noch gute Schulen haben für ihre Kinder dann. Oder vielleicht Straßen oder 5G oder 6G in zehn Jahren vielleicht. Langsam 6G. Und so weiter. Also es gibt ja auch Ausgaben, die wir brauchen. Wir wollen Polizisten in zehn Jahren noch haben. Und wir wollen Rente und Krankenhäuser und Sozialleistungen. Also so. Und je mehr Schulden heute gemacht werden, umso schwerer wird es natürlich für die jungen Menschen, das in zehn Jahren noch zurückzuzahlen. Deswegen bin ich schon ein Anhänger der schwarzen Null, dass der Staat mit seinen Einnahmen auch klarkommt. Und ich glaube, dass das nicht nur mit Fairness gegenüber den jungen Generationen oder denen, die noch gar nicht geboren sind, zu tun hat. Sondern auch, dass es auch für den Staat besser ist, wenn er nicht verschuldet ist. Denn der Staat kann auf Dauer ja mehr leisten, wenn er keine Zinsen für alte Schulden zahlen muss. Dann kann der Staat mehr Dinge tun, mehr Dinge leisten. Er bleibt fit, er bleibt handlungsfähig. Und genau deshalb glaube ich, dass es einfach keine Gewinner gibt, wenn wir den Staat bis über beide Ohren verschulden. Und da müssen wir jetzt nach Corona auch wieder umsteuern. In so einer Krise wie Corona, wenn plötzlich Menschen vor dem Nichts stehen, weil zum Beispiel ihr Unternehmen geschlossen wurde, ihr Betrieb, ihre Gaststätte, ihr Veranstaltungseventunternehmen, oder sie sind selbstständig als Künstler, als Kreative, da fällt das Einkommen weg. Da muss der Staat natürlich helfen, eingreifen, unterstützen. Kurzarbeit auch. Also bei den Menschen, die angestellt sind, wo aber das Unternehmen gerade nichts zu tun hat. Die Kurzarbeit hat viel aufgefangen. Richtig ist in so einer Krise nötig. Aber wir müssen jetzt schon gucken, dass wir wieder zurück zur schwarzen Null kommen in den nächsten Jahren. Und das bedeutet aus meiner Sicht erstmal Verzicht auf irgendwie neue Ausgaben. Und gleichzeitig Wirtschaftswachstum ankurbeln, denn Wirtschaftswachstum bringt auch wieder Steuereinnahmen in die Kasse. Und genau das wird mit die wichtigste Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein. Denn ohne Geld in der Kasse kann man auch all die anderen Dinge, Klimaschutz, Sicherheit, Gesundheit, Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, kann man ja nicht machen, wenn kein Geld reinkommt. Ja, klar. Jetzt waren da viele lange Sätze dabei und viele Kommas auch. Und wir kommen jetzt zur Schnellfragerunde, die trägt bei uns den Namen Komma auf den Punkt. Genau, einfach, ich werde dir Fragen stellen und du kannst einfach kurz und prägnant antworten. Globale Mindeststeuer, bist du dafür oder dagegen? Bin ich dafür? Okay. Ja, da gibt es, man muss aufpassen, wie. Aber ja, grundsätzlich finde ich es in Ordnung, wenn sie nicht zu hoch ist. Tempolimit auf der A80, ja oder nein? Das ist ja dann ab Herrenberg Richtung Bodensee. Nein, ich sehe kein, ja, da brauchen wir ein Tempolimit. Ja, aber nicht durchgängig bis runter nach Singen. Es gibt zum Glück auch noch ein paar Stellen, wo es keins gibt. Hast du ein politisches Vorbild? Die Eloquenz und auch die geistige Präsenz von Christian Lindner und Guido Westerwelle und die Selbstdisziplin von Wolfgang Schäuble und die heitere, rangehensweise, gelassene, rangehensweise von Hans-Dietrich Genscher, das sind natürlich, das ist eine Kombination, aber es gibt schon einiges, was man von anderen auch lernen kann. Wie informierst du dich? Also wie liest du Nachrichten? Welche Nachrichten liest du? Ich lese eigentlich ausschließlich online, allerdings habe ich auch klassische Zeitungen online, also alle Lokalzeitungen hier aus dem Kreis, auf jeden Fall, Online-Abo, aber auch die FAZ, das Handelsblatt und die Börsenzeitung, weil da viel für Finanzen auch drinsteht. Ich lese nicht alles jeden Tag, aber ich informiere mich letztlich überwiegend online. Für wen machst du Politik? Ich mache Politik für alle, die meinen, dass sie selber die Piloten ihres Lebens sind und niemanden brauchen, der das für sie alles vorschreibt. Was wird an der Politik unterschätzt? Oder an der FDP? Was wird an der FDP unterschätzt? Die Breite. Die FDP ist eine Partei, die zu allen Themen was zu sagen hat und auch den Anspruch hat, für die gesamte Gesellschaft da zu sein und für alle Bereiche eine liberale Lösung zu bieten. Gibt es einen Punkt, wo du nicht, 100 Prozent auf Parteilinie bist? Oder was würdest du dir wünschen, was sich ändert in der FDP? Das gibt es, weil wir natürlich auch zum Beispiel, wenn wir Wahlprogramme schreiben, auf Parteitagen oft abstimmen. Und da kommt es schon vor, dass man auch mal anders abstimmt. Das ist sogar in vielen Punkten der Fall. Ich habe aber kein grundsätzliches Problem mit dem Programm der FDP. Bloß 100 Prozent Übereinstimmung hat keiner von uns. Wir sind liberal. Also wenn wir alle hinter einem herschwimmen würden, wären wir in der falschen Partei. Ja, das stimmt. Danke für deine Antworten. Jetzt noch so ein bisschen die Frage, was willst du und was will die FDP für uns in Herrenberg und für Herrenberg ändern? Also gibt es da irgendwie ein Thema, was wir jetzt auch noch nicht besprochen haben, wo du sagst, das ist dir wichtig und da braucht es Veränderung? Also ich finde, wir müssen, in Herrenberg gibt es natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, das Thema Arbeitsplätze hier in der Gegend, aber vielleicht auch noch mal die Infrastruktur. B14 bei Nufringen muss ausgebaut werden, da stehen viele im Stau. Und ich denke auch über die S-Bahn, vielleicht Richtung Bonndorf oder Richtung Nargold, sollte man noch mal nachdenken, ob wir da vielleicht auch noch mal bessere Anwendungen schaffen können. Ja, dann danke für deine Antworten. Ich würde zur letzten Frage kommen, und zwar, wieso bist du der richtige Kandidat für uns in Herrenberg? Ich bin optimistisch und ich will zupacken. Und ich bin gleichzeitig auch sehr schwäbisch, weil ich glaube, Erfolg fliegt einem nicht zu. Man muss was dafür tun. Und gleichzeitig sollte man immer schön bescheiden bleiben, gerade wenn es einem gut geht. Und das ist übrigens was, was wir Schwaben in Berlin ein bisschen selbstbewusster vertreten könnten, weil das würde Deutschland insgesamt auch gut tun. Da stehe ich jedenfalls dafür, für diese Werte. Und deswegen glaube ich auch, dass ich ganz gut hier zu unserem Kreis passe. Dann Dankeschön für deine Antworten. Danke auch, dass du für uns im Bundestag bist. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute das antun und da, wie du vorher gesagt hast, 80 Stunden Wochen schieben. Und ich wünsche dir auch viel Kraft und viel Erfolg in Zukunft. Gibt es da, also gab es jetzt noch irgendeine Frage, die ich jetzt nicht gestellt habe, die du gerne beantworten würdest oder irgendwas, was du noch sagen willst? Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Das war jetzt ein Witz. Nein, genau. Ich finde, wir haben wirklich die wichtigsten Themen ja auch angesprochen und ich finde es super, dass ihr das macht, gerade auch für die Jüngeren, weil auf die setzen wir. Ist auch unsere stärkste Wählergruppe übrigens. Kann man auch mal an der Stelle sagen. Also ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt und dass das auch in Herrenberg so ist. Dann danke, dass ihr da wart. Super, gerne. Danke, dass du es im Video bis hierhin geschafft hast. Wir hoffen, du konntest den Politiker besser kennenlernen. Abonnier den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und aktivier die Glocke. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020